Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Hamburg, Hansespirit 2019 gemeinsam mit Jannik Kröger von der Firma Flickenschild, auch bekannt, www.wizita.de. Genau, also wir treffen uns nicht in Itzehoe, sondern in Hamburg, immer wieder zum Messer, sehr schön. Und ihr habt eine Kooperation gemacht, glaube ich, bei der Whisky, zusammen mit der Whisky Horde aus Oberhausen. Jetzt erzähl mal, wie kam es dazu und was gibt es denn von euch, euch beiden schöner. Genau, ja, also wir haben eine neue Eigenerfüllung gemacht, die auch tatsächlich heute passend exakt zur Messe noch eingetroffen ist, zusammen mit unseren Freunden vom Whisky Horde aus Oberhausen, Jürgen Schneider, ich denke mal allen deutschen Whisky-Liebhabern Begriff, ja, hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben, hat ein Fass bekommen über Thomas Evers, Molz aus Scotland und ja, wir auf den ersten, ja, vom ersten Moment an haben wir uns sehr gut verstanden und seine Idee war, es ist ein sehr großes Fass, aber ein toller Whisky, ob wir ihn vielleicht teilen wollen und mal eine Kooperation machen, ist ja in den letzten Jahren gang und gebe, dass man mal so Friendship-Bottlings oder ähnliches macht. Local Dealers zusammen und so weiter. Genau, wir kennen uns über die Ladico auch vor allen Dingen und ja, da hat er wirklich ein tolles Fass ausgesucht, wir sind sehr dankbar, dass wir da mitmachen dürfen und ich kann ihn gerne mal so ein bisschen die Kamera halten. Die Farbe ist toll. Das ist ein Rubinen-Rot fast. Ja, ein Amarone-Wein-Cast-Finish, ein Tuli-Bardin 2010, also circa acht, neun Jahre alt ist er und ja, wirklich, wirklich ein leckerer Tropfen, Fassstärke natürlich, Einzelfassabfüllung, 639 Flaschen, 57,5 Prozent und wie man an der Farbe sieht, aber auch dann schmecken kann, hat er wirklich einen richtig schönen, schönen Kick noch mitgekriegt von dem Amarone-Fass als Finish, also wirklich ein leckerer Tropfen für alle, die auch eben diese süßen Wein-Finishings mögen. Also, Ich auch manchmal, sehr gut. Und kostet? Kostet 62,90 jetzt hier, Messereinführungspreis 60 Euro beim Whisky-Hort, auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch, dieses Wochenende wird groß, das vierjährige Jubiläum gefeiert, da wird es ihn auch geben, also denke ich mal ein perfekter Zeitpunkt, um so eine Abfüllung auf den Markt zu bringen. Super. Eine letzte Frage, was findest du besonders schön hier in Hamburg auf der Hanse Spirit? Ja, ich weiß nicht, ob es auf deinen Videos rüberkommt, du wirst sicherlich hier auch ein bisschen die Atmosphäre aufnehmen, also auf jeden Fall die Atmosphäre, ja, viele super nette Leute, hier einfach die norddeutsche, offene, ehrliche Art, es macht immer wieder Spaß und ja, wie gesagt, vor allen Dingen die Location, wie für Whisky, für schöne Spiritosen, viel Rum und Gin ja auch hier dabei gemacht, also wirklich ein tolles Ambiente. Kompliment an Chris, dass er den Schritt gewagt hat, vor zwei Jahren hierher zu wechseln. Genau, super. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, zusammen mit Yannick Kröger von der Firma Flickenschild. Vielen Dank Jason. Und www.vizita.de Buchstabier nochmal für mich, ich bin langsam. W-H-I-Z-I-T-A. War mir wichtig, ciao.